Wow! Fickern weg. Schon so weit gelaufen, ey. Alter, wenn die Bedrohung voll ist, dann geht gar nicht mehr klar. Vielleicht die ganze Scheiße so. Warte, ich renn. Ich renn sowas von. Rein, 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 rein. Ich renn. Ich renn. Ich renn. Ich renn. Ja. Deine Oma. Fickt euch. Okay. Alles klar. Ich renn. 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 Wo ist sie? Fickern. Woher, woher, woher. Da. Ist die Tür. Alles klar. Rein geht's. Okay. Tür ist. Ist so. Leid. Leid. Leid so. Leid so. Hm. Leid. What the hell. Das fängt vielleicht dann so. Okay. Und nutzen. Dr. Mercer. Mercer. Das Wartungspersonal hat die von ihnen angeordnete Arbeiten in ihrem Büro abgeschlossen. Außerdem habe ich sichergestellt, dass jeder Teil des Projektes von einem anderen Angestellten erledigt wurde. Wie es. Wie sie es gewünscht haben. Ihr neuer Schreibtisch. Wie sie es gewünscht haben. Ihr neuer Schreibtisch sollte nun veröffentlichtungsfähig sein. Entschuldigung. Dann lag da noch einer. Warum denkt das jetzt schon wieder? Häftling 85 war die gesamte letzte Woche unter meiner direkten Aufsicht. Sein Verhalten ist unverändert. Er scheint sich auf eine Art Virus zugezogen zu haben, der Fieber auslöst und ihn zu zusammenhanglosen Gefase treibt. Er wird derzeit von den Schwestern behandelt. Ich werde seinen Zustand neu bewerben, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. Ja, Spiel. Kannst auch Aufwand zu legen. Von da kam ich doch, oder? Ja. Von da kam ich. Also gehts hier lang. Und ja. Ich nehme erst den Brief hier. Patient 911 wurde mit Verbrennungen auf über 60 Grad, 60 Prozent, nicht 60 Grad, 60 Prozent seines Körpers eingewiesen. Haupttransplantation wurde ange... Warum sag ich Haupt? Da steht Hauttransplantation und nicht nennen, sondern Hauttransplantation wurde angeordnet. So jetzt. Der Patient verweigert die Behandlung und spricht ständig über Vision, aber wir werden dennoch fortfahren. Manchmal geht es nicht darum, was der Patient will, sondern darum, alles zu tun, um ihm zu helfen. Jetzt können wir natürlich erstmal... Konflikt kann nicht überleben, ohne alle Partizipation. Wir können natürlich erstmal nicht hier hin. Weil da ruhig die Tür auf dem Tag wird 200 Prozentig weitergehen. Weil immer nur hier die Tür, also let's go inside. Ah. Die Bilder, die waren noch das einmal, wo wir da beim ersten Mal bei der Partei weggefordert sozusagen wurden. Okay. Wohin hier? Ah, da ist ein Brief. Judy. Vor kurzem ist mir zu Ohren gekommen, dass ein Großteil des Personals einschließlich dir selbst ein wenig zu gerne dem Verbreiten von Gerüchten freut. Ja, Verbreiten von Gerüchten freut. Ich muss dich doch nicht daran erinnern, wie gut es dir und den anderen hier geht. Verglichen mit dem krankheitsverseuchten Festland, oder? Ja, wir hatten einige Probleme mit den Insassen und mit einem unserer ungewöhnlicheren Patienten. Ja, manchmal mussten wir zu drastischen Maßnahmen greifen, um mit ihnen fertig zu werden. Aber ich brauche die Unterstützung von allem, wenn dieser Ort bestehen bleiben soll. Ich tue alles, was ich kann. M. Oh, voll! Nies jetzt mal. Wer ist denn? Es wird doch dann Versuch. figures. Und das haben wir von Eld. Tja noch. Ok. Auf jeden Fall. Lecker! Waltham Earths Ja, ich denk mal, dass er bei dem Waltham Earths ist Wollen wir mal... Hier rein Okay, müssen die Tür zugegangen sein Wollen wir mal zu merken? Zehn Signalforkel... Zehn Signalforkel... Zehn Signalforkel... Zehn Signalforkel... Schätze dich... Das Spiel wird gespeichert... Ah, du musst klauen... Wollen wir mal direkt an die Instrum... Ach, Quatsch... Alter, so ein Scheiße... Ah, egal... Ich bin wieder in... Hier macht alles Modus So... Weiter... Den Erzähler... Ich mach das hier vor Ort... Telefon können wir nicht benutzen... Hallo, speaking... Ne... Was scheint mir hier... Vielleicht Wartezimmer... Sondern auf jeden Fall so eine Art Wartezimmer oder sowas... Oder Aufenthaltsraum... Versuchsraum oder keine Ahnung... Irgendwie sowas zu sein... Weiter geht's... Da vorne ist eine Reliktseite... Checken jetzt mal das hier ab... Okay, da gehen wir noch nicht weiter... Äh... Nehmen wir jetzt erstmal das hier... Mit Arland Haftanstalt... Memo... Zur Hand... Personal... Die Gewaltausbrüche der Häftlinge sowohl untereinander als auch gegenüber dem Personal haben deutlich Zugang. In Zukunft sind alle Wärter dazu veranlasst in Gruppen von zwei oder mehreren, mehr oder mehr Personen auf Rundgang zu gehen. Schwestern ist es untersagt, Krankenhelflinge irgendwo anders als auf der Krankenstation zu betreuen. Keine Ausnahme... Okay, da das Licht spackt rum... So, ein Relikt haben wir schonmal... Kann man nicht noch, also gehen wir hier lang... Äh... Signalfuckern halten die... Schatten fern... Okay... Jetzt kommen noch Schatten hinzu, oder was? Ich nehm mal beiß mal die hier... Ach... Warum... So ein Henker... Wehe... Da ist nichts... Und da ist wieder... Der... Raum... Wo wir mit sieben... Nicht mit sieben... Sondern mit sechs Relikten hinzu... Signalfucker gekriegt... Gucken wir mal... Hier haben wir kein Relikt... Lachen... Ja... Lachen... Purgel... schwache... Ich bin her... Ver når ich nicht... Lachen... also ok 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 auch großartig es ist klar es ist okay was Alter! Ohne Witz. Die haben bei den Spielen echt zu viel gesoffen, ey. Leck mich am Arsch. Jetzt nimmt eindeutig das Spiel an Fahrt auf. Okay, hier sind wir ganz zurück. Der bringt uns nix. Dann schon weiter. Gehen wir mal hier an. Ich versuche mit eh die Tür zu öffnen. Nicht hallo sagen. Sie jagen uns. Hier noch irgendwie ein Relikt. Nein. Hier noch zu lassen, die hier noch kommen. Ja. Wir brauchen schon wieder. Da, 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 da. Au. Alter. Lutsch. Ach, oh. Mama. Ich drücke E. Für D drücken bin ich echt zu verstanderisch geworden. Ah, nein. Sie machen eindeutige Akt auf uns. Aber sie macht eindeutige Akt auf uns. Ja, noch ein bisschen quetschen, noch ein bisschen mehr. Oh nein, das will ich nicht. Ich will doch nur noch 5. Richtig bisschen. Und dann... wieder einen Schritt. Da kamen sie gerade auf. Bei den Dingen stehe ich mir fest. Ich weiß jetzt nicht, wie er an die Dinge hält. Aber jetzt haben wir jetzt auch egal sein, wie er an die Dinge hält. Hauptsache, er schützt mich. Alter. Okay, jetzt ist Schluss. Loll. Alter Vater. Boah. Okay, das war jetzt heftigster Schock. Alter. Alter. Ist jemand da drin? Alter. Alter. Huuu. Leck. Nicht nochmal richtig, ey. Puh. Okay. An Captain Alec. Senior. Häftling 203 wurde heute Nacht tot in seiner Zelle aufgefunden. Sein Körper war verdreht und verrenkt. Verrenkt, nicht verrenkt, verrenkt. Wie ein Ratten ist. Ich weiß nicht, wie das passiert ist oder wie er sich umgebracht hat. Ich weiß nur, dass ich einen ohrenbetäubenden Schrei aus der Isolationshaft gehört habe. Ich bin ihnen untergeilt, um zu sehen, was los ist. Baxter stand schon in einer Ecke und kotzte sich die Seele aus den Neiben. Bert war kreidebleich. Sie haben noch kein Wort darüber verloren. Was geht hier vor, Alec? Im letzten Monat sind während unseres Dienstes drei Insassen gestorben. Die Wachbanden sind völlig verängstigt. Und ich fange an zu glauben, dass hier wirklich etwas nicht stimmt. Lieutenant Paul. Ackermann. Okay. Alter. Ja. Komm, ey. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Alter, ich bin gerade so angespannt. Das glaubt ihr nicht. So einschraubbar da gerade. Das ist schon wieder. Ha. 17. Juli 1931. Häftling 48. Fluchtversuch zweier Insassen. Die Wärter fingen sie ab und eröffneten das Feuer auf sie. Häftling 48 befindet sich im stabilen Zustand. Der andere starb noch am Ort des Geschehens. Dr. Merces wird die Wunden des Patienten einer experimentellen Behandlung unterziehen. Das läuft vielleicht wahrscheinlich wieder zu Tode erschreckt, weil ich die Signalverkalaus hatte. Ich werde jetzt mal kurz orientieren, warum muss ich hier. Hier war der große Raum. Also gehe ich hier lang weiter. Und hoffe, dass ich die anderen drei Relikte fände. Okay. Das Ding geht zwar auch noch, aber ich kriege nichts. Oh, gut. Nochmal hier alles abchecken. Klar, ey. Gerade die letzten beiden Male, wo ich die Relikten gesuchen musste. Volle Bedrohung. Gehst du auf die zu, passiert nichts. Es greift dich da eiskalt an, ey. Ist klar. Okay, schade. Ich hoffe, dass ich irgendwie da was finde. Aber das tue ich nicht. Ich gehe bei Yen. Ich gehe bei Yen. Na, gucken wir mal. So machen wir. aber ich sag einfach jetzt mal vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten folge von daylight wieder wenn ich die letzten drei relikte suche dann sehen wir mal was uns beim nächsten portal alles entgegen kommt aber die session die war ja hardcore extrem hardcore so ein schock hatte ich schon lange nicht mehr kann vielleicht dran liegen dass das jetzt eins der richtigen spiele ist mal bei outlast habe ich nur let's play mäßig gesehen ja und ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe auch damit dass ihr beim nächsten mal wieder einschaltet wenn es wieder heißt let's play daylight